Mahlzeit zusammen. Ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass hier nochmal ein Video kommt. Aber wir sind zurück bei den Sturmjägern. Ja, mir ist aufgefallen, es gibt tatsächlich Missionen. Da wollen wir heute mal reinschauen. Und mal schauen. Erste Mission, wir haben kein Auto. Hört sich jetzt schon mal bescheiden an. Aber wir testen einfach mal. Wahrscheinlich latschen wir so langsam, dass wir den Sturm nicht mal mitkriegen. Naja. Ich fang mich natürlich auf, wo ich dann die Fotos hochlade. Weil der Laptop normalerweise im Auto war. Naja, wir werden es sehen. So, es regnet. Schön. Läuft. Ähm, ja. Mehr als 200 Punkte. Mehr als 20 Punkte mit einem Foto. Wo bin ich hier? Mein Gott. Und wo ist der Sturm? Das sieht aus, als wenn da was kommen könnte. Aha. Okay. Wir haben noch die Standardausrüstung. Wir gehen schon mal Richtung Hütte. Nun komm. Time is running. Hm. Mein Gott, sieht das kahl und leer aus hier. Hätte man sich auch ein bisschen mehr Mühe geben können. Kann man nicht mal rein. Ui, 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 ui. Ah, da kommt was. Ja, super. Und wo renne ich hin, wenn der kommt? Ich bin ja lustig. Naja. Wir machen einfach mal. Aha. Da kommt er langsam. Zieh, Junge. Zieh. Ja, komm. Das geht besser. Äh, nicht weggehen. Ich stehe auch so unter der fettesten Wolke, die es hier gibt. Ach, was ist denn das für ein laues Lüftchen? Immer richtig Gas hier. Ich kann doch da nicht so ein Mini-Russel fotografieren. Das sieht doch total scheiße aus hier. 19 Punkte. Okay. Und da zieht man auf. Oh, oh, cool. Ey, so ohne Auto ist voll uncool. Ha! So, erste Aufgabe schon mal geschafft hier. Bam! Ja, das sehen die Leute gerne, wenn man drunter fliegt. Genau, und jetzt zähle ich das Haus. Oder die Speicher. Oh, ein bisschen mehr Action. Boah, nicht, dass die nach hier fliegen. Ah, 21. 21. So, jetzt kommt er langsam wieder warm hier. Ah, war nix. Oh, 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 oh. Geht ja mal länger. Also, der Sturm. Oh, der Fähre, ich gehe dir aufs Haus zu. Ei, die sind nur 15. Oh, Heuball. Ja, aber ich fokuse doch da drauf. Mensch. Ansonsten. Oh, unsere Zeit läuft ab. Sehr uncool. Oh. Aber, beide Aufgaben geschafft. Komm, jetzt klipzen wir nochmal richtig ein. Hier, los. Bam. Zack. Und zack. Oh. Letzter. Gibi. So. Das lief. 385. Dann bin ich Position 2234. Ja, Alter, guck mal. Es geht immer schlechter. Verwandern. Okay, das war ein bisschen zu easy. Vision 2. In einem Waldgebiet. Aha. Mehr als 300 Punkte. Oh, mehr als 100 Meter. Okay. Wir haben ein Auto. Schön. Wir starten. Ja, solche Bilder möchte ich machen. Dann lohnt sich der ganze Spuk hier wenigstens. Okay. Okay, die Ladezeiten für so ein Spiel sind schon... Hm. Ne? Aha. So. So. Was sagt der Laptop? Aha. Wir fahren geradeaus. Ja. Zieh. Oh, schützt das Wetter hier. Jetzt kann ich was gerade haben. Können wir noch ein Picknick machen hier. Los. Los. Ja, los passt. Da bin ich auch hin. Äh... So. Da... Ja, da könnte... Da sollte... Wenn wir jetzt gleich links fahren... Hier fahren. Links. Zwei. Leid. Äh. Zieh. Zieh, 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 zieh. Uah. Geht. Passt. Hella. Komm. Drück doch mal ein bisschen auf die Tube hier. Der fährt nicht trinkt doch. Mein Gott. Dann dürfte er jetzt kommen. Aber so mit Bäumen ist echt uncool. Da sieht man den echt bescheiden, ne? Naja, wir sind im roten Bereich. Schauen wir mal. So. Um es in Fassbophobia vorzusagen. Wo bist du? Hallo? Das ist aber uncool, wenn ihr... Ah! Oh. Äh. Der jetzt hier hinkommt? Der ist auf jeden Fall ein bisschen nah. Wir setzen mal ein Stück zurück. Ich glaube, da mit den 100 Metern kriegen wir auch so ganz gut hin. Dass sie nicht nach hier kommen. Was haben wir denn da nur so Mini-Dingen? Gib mir mal einen richtigen R5 hier. Ach, ach. Das sind die ersten Teile. Ah, wenn du über die Straße gehst, dann hab ich dich. Wenn. Gehen wir mal nach hier. Oh, oh. Oh, oh. Klaren Änderungen. Oh, 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 oh. Oh. Ich bin weniger als 100 Meter dran. Ich bin weniger als 100 Meter dran. Jawoll. Ja. Was sind denn bei den 100 Meter? Ey, Freunde. Ja, machen wir mal so weiter, ne? Boah, die 300 Punkte mussten wir jetzt gleich haben. Boah, schieß weg da. Komm. Wir haben alles. Jawohl. Ganz easy. Ja, hör mal, gib mir doch mal richtige Aufgaben hier. Das ist ja... Guck, diesmal sogar nur 3.277. Mein Gott. Es gibt immer noch einen, der schlechter ist. Kann man dann bitte 631 Punkte holen? Ey. Fake. Ne. So, Aufgabe 3. A pretty big storm. Äh, strong wins. 7 Minuten. 500 Punkte. Ich soll eine Probe in dem Weg des Twisters stellen. Okay, das kann jetzt lustig werden. Wir schauen. Ja, genau. Da stelle ich eine Probe rein. Mhm. Mann, Mann, Mann. Sind das Ladezeiten. So. Freunde. Wo hin? Aha. Okay. Ja, die, äh... Halt mal geradeaus. Hm. Hm. Zieh. Gib ihm. Ja, das wissen wir ja. Aber ich sehe noch kein rotes Quadrat. Hm. Doch, jetzt... Aber wie soll ich denn da die Probe vorher hinstellen? Oh, toll. Jetzt gucke ich auf den Laptop und fahre... Mann, 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 ey. Wer ist denn mal mit Angaben zum Wind? Kommt der jetzt so schräg auf uns? Kommt der jetzt so schräg auf uns an? Richtig. So, dann ist das so schräg auf uns an? Ja. Ja, passt. Ja. Dann stelle ich doch mal unsere... Na. Oh, dieses Aussteigen und Einsteigen. Kleiner Kirche hier, ey. Ja. 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 Ja, doch. Wir fahren zurück. Wir fahren da die Straße hier hoch. Links. Gucken wir mal, ob wir schon mal sehen. Ja. Ja. Ja, weiß was. Ohne freie Sicht hier. Hagelt das? Ernsthaft? Aua. Ach ne. Jetzt müssen wir noch die Karre anschieben hier, ey. Super, Ingo. Ja, toll gemacht. Au. Ja, das läuft. Ja. Ja, jetzt hagelt. Meine Frontscheibe ist im Arsch. Ja, super. Und wie mache ich jetzt Fotos? Ja, ich weiß, dass ein Tornado kommt, Jungs. Ui, man sieht sogar die Tornado-Körner. Nicht schlecht. Ja, ist er. Komm, einen kurzen Körner. Ah, da gibt's hier nix, oder? Ja. Au. Nee, das wird mehr, wenn man sieht, dass er auf dem Boden ist. Mein Gott, könnt ihr mal den Hagel abstellen? Ist es irgendwie so, dass der, wenn der zu nah ist, dass da nix mehr kommt? Boah, der röbelt ganz gut, ne? Ja, der röbelt ganz toll. So, hat 50. Jawohl, 54. Gibt alles. Jetzt. Hau drauf auf, du Liebensäck. Mein Gott, das gibt ja hier. Oh, wow, wow, wow. So. So, so, back. Komm rein. Ja, voll. Das ist die totale Zerstörung. Ich hab' schon zwei Keklis mehr. Äh, ja. Okay. Fertig. Jetzt. Ich muss meine Dinge wieder einsammeln. Wow. Hoppala. Ja, wo die Dichter? Totale Zerstörung hier. Mein Gott. Schlecht. Die Häuser können sogar auseinanderfallen. Au. Nein, ich wechsel jetzt nicht den Reifen. Kommt das zurück, oder? Ich muss nie mein Pipa. Da ist mein Pipa. Ah, was muss ich denn hier noch machen? Not available, not available. Läuft. Ah, aha. Er hat ihn jetzt gekleert. Jetzt sag nicht, das regnet hier in mein Auto rein. Dann werd ich aber stinkiger. Ja. Ach nee, du sollst es von einfach mal abstellen. Mann, ey. Komm mal rauf hier. Es tagelt. Ja, komm, reparieren wir den halt auch noch. Bisschen Zeit haben wir ja noch. Ein bisschen Energie ja auch noch. Da. Drum. So, und weg damit. Gewonnen. Oh, 325. Sonst ist es da. Okay. Könnte ja gar nicht mal so schlecht gewesen zu sein. Ja. Ja, wenn ihr mehr von den Missionen sehen wollt, lasst mir einen Daumen nach oben da. Dann machen wir da auch noch weiter. Macht's gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut.